Showa Isar 42 cm männlich, auch der ist sehr gut, Sumi kommt, und das kommt sicher, das kann man bei dem schon sagen, das sieht man, hat auch Motoguro und beiden Flossen, einen sehr langen Kopf, auch der wird groß, unterlegte Kopfzeichnung, die kommt auch noch, sieht man hier sehr schön, glaube ich. Ansonsten wird jetzt ein toller Showa, auch hier, den kann man hier lassen, beim Jahr Felderung bis Mai 2019 ist frei, wer hier Interesse hat, gern.